Herr Baschung, vielen Dank, dass Sie ein bisschen Zeit für uns haben. Vielleicht starten wir damit, dass Sie uns kurz erklären, wer Sie sind und was Sie machen. Ja, also zurzeit bin ich für die Regierung des Kantons Watt in der Schweiz am Arbeiten. Ich bin operativer Direktor für alle Hochschultypen, also die Universität, die Fachhochschulen, auch die pädagogischen Hochschulen, die pädagogische Hochschule. Hier bin ich eher als Forscher. Ich war vorher als Forscher tätig, habe mich speziell für den Bereich Hochschulpolitik interessiert. Und ich habe da auch ein Buch geschrieben und jetzt konnte ich dieses gut benutzen, um noch hier etwas zu erzählen. Sie haben ja gestern in Ihrer Session ein wenig über die Kooperation von Fakultäten in Universitäten gesprochen. Wie sieht das denn aus? Sind Fakultäten eher kooperativ? Oder haben Sie das Gefühl, dass es doch sehr alles, also jeder so sein eigenes Süppchen kocht und dass es sehr autonom abläuft? Also ich muss vielleicht zuerst einmal sagen, dass ich diese Frage überprüft habe beim Beispiel des Doktorats. Also genau gesagt habe ich überprüft, inwiefern wird das Doktorat reformiert. Da konnte ich ein paar Elemente feststellen. Und dann habe ich geschaut, inwiefern Kooperation stattfindet bezüglich dieser Reform. Und dabei konnte ich feststellen, dass innerhalb von den Fakultäten einzelne Leute eigentlich auf verschiedene Arten zusammenarbeiten. Also entweder passiert das nach wie vor in der Fakultät, innerhalb der Fakultät. Aber was ich auch feststellen konnte, empirisch, war, dass eben Kooperation je länger, je mehr auch jenseits der üblichen institutionellen Grenzen stattfindet. Das heisst nicht nur innerhalb der Fakultät, sondern fakultätsübergreifend oder sogar institutions-, also universitätsübergreifend. Was dann eben die Fragestellung aufwirft, inwiefern jetzt zum Beispiel eben ein Dekan da noch diese Entscheidungen fällen kann oder überhaupt noch die Übersicht bewahrt. Ja, und Sie sagten gerade also auch Kooperationen universitätsübergreifend. Was bringt mir das denn überhaupt als Fakultät, als Dekan oder auch als Universität, wirklich fakultätsübergreifend zu kooperieren? Also grundsätzlich kann es darauf hinauslaufen, dass man sich sagt, okay, wenn ich alleine bin, dann kann ich nicht viel verbessern. Wenn ich das Beispiel des Doktorats nehme, zum Beispiel, wenn ich möglichst gute Doktoranden rekrutieren will, dann habe ich als Professor vielleicht eine Assistenzstelle und dann schaue ich irgendwie ein wenig rum, ob ich da jemanden geeigneten finde. Vielleicht mache ich eine Annonce irgendwo. Aber wenn Sie zusammenarbeiten mit mehreren Kollegen, die vielleicht vom selben Gebiet sind, aber vielleicht in einer anderen Nachbarsuniversität beispielsweise, dann können Sie beispielsweise gleich zehn Stellen zusammen, also eine Annonce für zehn Stellen machen und Sie können das in größerem Stil machen, dann erreichen Sie ein größeres Zielpublikum. Und somit sind die Chancen, damit Sie bessere Kandidaten und mehr bessere Kandidaten erhalten, sind besser. Das heißt also in jedem Fall, Sie raten zu Kooperation, Sie raten dazu, Synergien wahrscheinlich auch zu nutzen und somit einfach kompetitiver zu sein als Fakultät. Was glauben Sie, ist die Aufgabe des Dekans in dem ganzen Spiel? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, er sollte es ermöglichen, dort, wo es Sinn macht, zu kooperieren. Also er sollte nicht hier als Vito-Player sein, aber auf jeden Fall sollte er die Übersicht behalten, was alles abgeht innerhalb seiner Fakultät, mit wem die Leute kooperieren, damit eben auch eine gewisse Koordination stattfindet, dass nicht irgendetwas wild vielleicht etwas kooperiert wird, sondern dass er da die Übersicht behält und dann vielleicht je nachdem auch eingreifen könnte, wenn dann irgendetwas schlecht koordiniert wäre. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Glauben Sie, dass sich das in der Zukunft stark ändern wird? Also denken Sie, dass Kooperation notwendiger wird beispielsweise auch oder ist da eigentlich keine Änderung in Sicht? Ja, ich denke, ohne Kooperation zu handeln im Bereich der Hochschulen ist eigentlich undenkbar. Ich weiß nicht, ob es jetzt mehr werden wird. Es ist heutzutage schon sehr verbreitet, also beispielsweise auch bei europäischen Forschungsprojekten, bei diesen Flagship-Projects, die es da jetzt gab oder gibt. Es ist eigentlich undenkbar, nicht zu kooperieren. Insofern denke ich, dass das weiterhin ein wichtigerer Punkt sein wird. Ob es dann mehr wird, das weiss ich nicht. Dankeschön. Gern geschehen.